Zwei Drittel der österreichischen Betriebe kritisieren den Fachkräftemangel in Österreich. Der Mangel an geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt zu Umsatzverlusten. Wie kann Ihr Unternehmen dabei bestehen? Gemeinsam mit Short Message Clip bietet Symphony Consulting die Möglichkeit, kostengünstig und maßgeschneidert den nationalen und internationalen Arbeitsmarkt direkter anzusprechen. Erster Schritt, Sie stellen Ihr Unternehmen persönlich audiovisuell in einem Short Message Clip dar. Zweiter Schritt, Symphony sorgt für die nationale und internationale Kommunikation Ihres Arbeitsplatzangebotes und trifft für Sie eine Vorauswahl an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten. Dritter Schritt, Sie entscheiden sich für eine Person und werden von Symphony bis zu zwölf Monate bei der Inklusion der neuen Mitarbeiterin bzw. des neuen Mitarbeiters unterstützt. Ihre Vorteile? Erstens, Sie erreichen schneller einen Zuwachs an Produktivität. Zweitens, Sie heben sich durch Ihren besonderen Persönlichkeitsfaktor vom Mitbewerber am Arbeitsmarkt deutlich ab. Und drittens, Sie erhöhen den Behaltefaktor für Ihr neues Personal. Sagen Sie es persönlich. Rekrutieren Sie national und international authentisch und effizient mit Symphony Consulting und Short Message Clip. Wir informieren Sie gerne. Wir informieren Sie gerne. Untertitelung des ZDF, 2020